Leute, ey, das kann doch nicht wahr sein, ey, muss ich denn alles machen? Ey, Leute, mal ohne Scheiß, mal ohne Scheiß, bitte, bitte, ey, Leute. Ja, servus, meine Lieblings und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Woche PVZ. Ich spiele heute die Gesetzeserbse. Das Ganze wurde sich gewünscht von Yannick Meier und der hat Zuspruch gekriegt von Ades Radaka und Sylvie Trabic. Die haben sich das ebenfalls damit gewünscht. Deshalb spiele ich die Klasse heute. Ja, heute ohne den Sven und auch die ganze Woche wahrscheinlich ohne den Sven, weil wir unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Das heißt, wir können nicht zusammen aufnehmen. Leider blöde, ist halt dumm gelaufen. Zudem, ich leider auch, muss ich sagen, nach dem Nieser, so, sorry, nach dem Nieser steige ich da viel ein. Äh, lag er jetzt auch leider auch noch da dran, dass ich mit dem nicht aufgenommen gekriegt habe. Oh, den hat's noch erwischt, sehr gut. Den erlte ich jetzt aber nicht, den Kollegen, das wäre ja unnötig. Ähm, Problem war leider, und zwar, ich hab mit dem Sven aufgenommen am Wochenende. Und, ja, wir haben Montag zu der Zeit der Aufnahme hier. Äh, ich hab mit dem Sven am Wochenende aufgenommen, nur hab ich duldel leider die Aufnahmen gelöscht. Ich vollfosten. Ja, leider ist das ein bisschen blöd gelaufen an der Stelle. Was willst du halt machen? So, ja, ist halt jetzt leider blöd gelaufen. Ich muss damit leben. Ja, jetzt sind die Aufnahmen futsch. Äh, waren zwei, zwei, drei sehr coole Runden. Und es gab, glaube ich, vier Runden aufgenommen, äh, unterschiedlich, äh, die, die unterschiedlicher sein können. Wann auf jeden Fall nicht so schlecht. Das ist nämlich da tatsächlich dieser blöde Schweißerabfackung. Ich hab zackt bei dir da, oder was? Kann das sein. Ich geh in dem Hallo sagen, gerade Sekunde. Da ist mal der weg. Ist der. Wiedersehen. Sonst kann man nämlich sterben hier, mein Lieber. Ähm, ja, also wie gesagt, so ist das jetzt halt einfach gelaufen. Deshalb muss ich die Folgen leider nochmal neu aufnehmen. Finde ich relativ ärgerlich, weil für mich ist das jetzt, äh, quasi noch schon ein bisschen, so ein bisschen Stress eigentlich. Weil ich jetzt einfach keine Folgen mehr habe, die ich hochladen kann und rendern konnte. Am Wochenende, naja, wir sitzen mal, äh, cool, jetzt kommt draußen gerade die Müllabfuhr. So will man das, auf jeden Fall, so ist das gut. Immer weg hier. Zack, was? Zweite, auf einmal weggeholt. Zack, der nächste. Und jetzt bin ich tot. Scheiße. Weil da oben der blöde Typ mit seiner TPG stand. Schade. Naja, egal. Was willst du halt machen? So läuft das halt manchmal in PVZ. Naja, ist egal. Ich würde mich auf jeden Fall anstrengen hier, dass ich hier trotzdem noch was reiße, so ein bisschen. Immer eine Andele in die Mitte. Vielleicht wird sie was wegholen. Ne, leider nicht. Egal, versuchen kann man es ja immer noch. Ich würde ja sagen, Alter, willst du mich verarschen? Verletzten sie bitte aus. Die Dominik nimmt aber nicht mehr, ne? Kann das sein? Wiedersehen. Wiedersehen. Ist irgendwo dieser blöde Dingens. Alter, dieser blöde Pennerlein. Den Autor kann aber weg, ne? Ich konnte da nicht weglaufen, weil wenn ich da weglaufen wäre, hätte er mich ja wie gerade gesehen und gekillt. Das ist doch unglaublich manchmal. Manchmal ist es echt nervig, dass die Leute dieselben Ideen haben wie ich. Naja, egal. Was willst du machen? So ist es halt. Ich geh's mal auch gewaltig auf dem Zeigerlein mit deinem Scheißdingens. Wiedersehen. Ich kann's sagen, haut den mal weg, ey, den Kollegen. Ich krieg hier keine Heilung. Oh, ich muss gleich abhauen. Ich werde beschossen. Pfosten, da lenkt man um und schießt auf den, der auf mich schießt. Ja, wiederbeleben. Perfekt, du bist der Beste. Oh, leider bin ich jetzt direkt am nächsten Garten wiederbelebt worden. Aber scheiß drauf. Damit können wir dann hier zumindest die, ähm, Pflänzchen setzen. Werden Verfechter davon, dass hier ein Eispilz reinkommt. Wollte eigentlich einen Bambus reinsetzen. Habe ich gleich nur noch einen Eispilz geklickt. Na ja, scheiß drauf. So, Teleporter ist wohl auf der rechten Seite, weil der Ingenieur hier langkommt, oder? Ne, der ist links. Okay. Scheiß, ich glaube, die wird gar nicht treffen. Ah, doch, die wird zumindest noch da hinrollen, ein Stück. Jetzt müssen wir doch irgendwas erledigt, oder irgendwas, irgendwas Schaden gemacht. Vielleicht zack, da oben, du mieser Wichser. Ja, und auf Wiedersehen. So leicht kann es, so leicht kann es enden in diesem Spiel. Versucht auf den zu schießen, aber leider habe ich ihn nicht getroffen. Schade. Ja, 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 ja. Das war cool, ey. Dieses Gesinge, ey. Das ist immer der geilste Shit in diesem Spiel hier. Das Gesinge, ey. Da habe ich mitgeholfen. Ich muss sagen, die Leute sind echt geil, ey. Wiedersehen. 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 Alles jetzt sitzt irgendwie jeder Schuss hier. Von der aus kriegst du den gar nicht, den Teleporter. Wiedersehen. So, gerade kommen die gar nicht rein, weil die alle über links laufen. Deren Fehler. Ich meine, Schulz, wenn sie so blöde sind. Alle über links laufen. Hast du gedacht, wa? Hast du gedacht, boah, den hole ich mir jetzt. Aber hast du nicht damit gerecht, dass ich dich noch sehe und abknalle, wa? Dann ist irgendwie... Komm ich an den nicht ran, den Kollegen. Wie sehe ich auch hier gerade keinen. Was ist mit denen los? Was machen die denn? Wo bleibt sie denn? Meine andere Leder hinschmeißen, einfach mal so, was können. Weil die E gerade nicht genutzt wird von mir. Siehst du, hat immer Zombie gekillt. So muss das sein. Aber das hat der Ding jetzt schon wieder versucht. Da kann ich den wieder nochmal. War es auch scharf auf Punkte. Ich habe gar nicht gemerkt, wie dumm ich war. Wir sind... So, ich kann es gehen. Abgesnackt, aber ist mir egal. Very nice. Zack, zack. Ein paar Soms gekillt. Was ist das? No. Da komme ich gerade in dem Moment natürlich da vorbei, wo der seinen scheiß Tackle ansetzt. So eine Scheiße, ey. So ein Pech kann man haben. So ein Pech kann man haben. Ich glaube aber, das wird nichts. Ohne Scheiß, ich glaube, das wird nichts. Das schaffen die nicht. Dad, schaffen sie nicht. Dad, schaffen sie nicht. Dad. Ich bin nicht getroffen. Klar doch. Klar, der ist down. Sehr gut. Den kann er aber weg, Mann. Das kann doch nicht sein, ey. Manchmal komme ich mir echt verarscht vor. Manchmal denke ich mir so... Okay, da ist jetzt einer. Da gucke ich so. Okay, da ist einer. Aber ich denke mal, ich werde wohl nicht der Einzige sein, der den sieht. Und den killen will. Scheinbar bin ich ja manchmal der Einzige, der das sieht. Und da kriege ich manchmal echt einen Föhn, kriege ich dabei, ey. Ohne Scheiß. Jetzt laufen sie wieder rein, wie die Verrückten, weißt du? Auf Wiedersehen. Ein bisschen leergeräumt, ey. Ach, Leute, ey. Das kann doch nicht sein. Ihr lasst euch in den letzten 20 Sekunden, lasst euch sowas von überrumpeln. Lächerlich, Alter. Lächerlich einfach. Macht mal was, ey. Bleibt nicht hier hinten stehen, ihr Pfeifen. Lauft nach vorne, Mann. Verdammt noch eins. Die wird gar nichts treffen. Oh, Leute, die wird genau treffen. Auf Wiedersehen. Zack, und geholt die Scheiße hier. Das kann aber nicht wahr sein. Sehr schön. Ja, das heißt natürlich, wir werden eine zweite Runde unteren liefern müssen. Das ist mir deutlich bewusst. Äh, ja. Dann würde ich sagen, nachdem wir die Statistiken in uns eingesehen haben und ich erster bin. Nice one. Ja, drei, drei KD. Ich würde sagen, ist nicht so schlecht gelaufen. War auf jeden Fall, äh, ganz okay. Ich habe erfolgreich es geschafft, die Zombies aufzuhalten. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Oder, ne, bis gleich. Entschuldigung. Bis gleich. Was? Lo... Ja, äh, wir kommen zur zweiten Runde. Leider ist die Runde jetzt sehr, sehr leer, äh, weil die Leute gerade in der letzten Runde halt rausgegangen sind. Es ist die zweite Runde von morgen. Wie war das jetzt gerade? Naja, schade. Was willst du halt machen? Schade. Schade. Aber. Nichts ist der Erskill. So. Nichts ist der Erskill. Das, das ist mir wichtig gewesen, als ich den Wingsengen gekriegt habe. Ja, genau. Wir leben ihn wieder. Dann kommt er extra mit 50% Life hier. Da kann ich ihn wieder umkloppen. Ist immer gut. Auf jeden Fall. Wir machen hier ein paar Dingens rein. Wo sind denn meine Leute? Leute, wo seid ihr? Kann ja nicht sein, Mann. Meine Güte. Boah, ich gehe direkt bei der Glaube und gehe direkt wieder runter, ey. Mann, 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 Mann. Oh Gott. Leute, wo seid ihr denn? Das ist doch euer Ernst gerade? Wo seid ihr denn? Bin ich denn der Einzige gerade, der spielt? Bin ich der Einzige, der gerade am Zocken ist, oder was? Wo seid ihr? Das ist ja wohl der Hammer gerade. Ohne Scheiß. Wo seid ihr? Leute, hallo. Das ist doch wohl nicht euer Ernst hier. Wow, da sind ja mal ein paar. Wahnsinn. Alter, der ist komplett alleine gemacht, oder was? Sauber. So liebe ich das. So will ich das haben. Wenn du Lutscher. So will ich das haben tollen Plan. Danke, dass du stehen geblieben bist. Das ist mir leicht gemacht. Mann, ich bin doch noch zurückgelaufen. Das kann doch keiner erzählen, Alter. Mann, das gibt's doch nicht. Ich bin doch noch extra zurückgelaufen. Oh, ich hasse das manchmal. Die Reichweite von manchen Attacken wegen dieser scheiß Ping-Verzögerung. Gebt mir so auf den Sack manchmal. Oh je, wenn ihr hoffentlich sterbt, jetzt alle an meiner Bohne, ey. Hoffentlich. Schon wieder der. Dann gehst du mir auch auf den Zeiger. Seit drei Runden gehst du mir auf den Sack, ey. Mann, Mann, Mann. Hoffentlich sterbst du eines qualvollen Todes, ey. Oh, Mann, oh, Mann, ey. Eigentlich meine Leute in die ganze Zeit, frage ich mich. Ohne Witz. Ob ich bin ja der Einzige, der irgendwie kämpft oder sowas. Ja, deshalb leuchte ich auch schon acht Kills. Ich hab mehr Kills wie mein restliches Team zusammen. Das ist der Hammer. Echt. Ohne Witz. Lächerlich. 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 Ich füge mir einfach mal eine Klinik rein zu werfen. Bist du noch ein Somp erledigt, zumindest. Das verliere ich wieder, weil ich kein Leben habe. Welcher Einzelbett, der scheinbar hier gerade kämpft. Nein, er hat mir nur ein Heldpilz umgenietet. Immerhin. Immerhin etwas. Ja, zehn Kills mittlerweile. Ich warte nicht, wo der Rest ist. Deshalb verlieren wir auch gerade. Weil der Rest irgendwie nicht anwesend ist. Feige Muschie, ne? Feige Mumu, du, ey. Ich hoffe, ob er sieht. Ich denke, wahrscheinlich schon. Ne, hat er nicht gesehen. Alles klar. Alles gut. Umso besser. Das hätte ich nicht gesehen gerade. Kann das sein? Ein Somp. Ein einziger Somp nur. Ohne Scheiß. Ich war ernst. Welcher schießt ihr durch den Smoke, Junge? So lächerlich gerade hier. Leute, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Muss ich denn alles machen? Ey, Leute. Mal ohne Scheiß. Mal ohne Scheiß. Bitte. Bitte. Ey, Leute. Mal ohne Scheiß. Ey. Das ist ja wohl echt ein Witz. Das ist echt ein Witz. Oh, man dringt Regen hier. Ein bisschen. Verpiss dich, sagt Zombie. So. Hinter dir. Schon irgendwie scheiße gewesen gerade, ne? Von dem. Merchelt jetzt hier keine 100 Pro. Pass mal auf. Den. Hier noch kalt. Dann hier ne Bohne hin. Oh, noch den Teleporter weg. So. Alles klar. Jetzt hab ich die zumindest schon mal ein bisschen aufgehalten gekriegt hier. Ja, Jump runter. Warum macht der nicht den Teleporter? Wer denn recker abhaut, die kleine strafwürdige Pussy? Ach, jetzt kannst du kämpfen, oder was? Jetzt, wenn du wieder volles Leben hast, ne? Du kleine Hure. Miese Foot, ey. Miese Bitch da unten. Hey, der kämpft gegen mich. Oh, ich muss klingt abhauen. Das heißt, der kämpft wenigstens. Miese Funz, ey. Naja, egal. So. Wie sieht's aus? Ich bin immer da oben. Du gehst mal auf den Sack. Mastra kannst du die Leute wirklich schön von dem Pussy wegholen, wenn du einfach mal ne, 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 ne Bohne da hinschmeißt, weißt du? Dann holen die nämlich von selber ab, die Leute. Die ganz gut wissen, jetzt gleich sterbe ich, wenn ich verstehen bleibe. Nur zwei im Lauf gehabt. Wie geil war das denn jetzt gerade? Wie geil ist das nämlich so echt killen kannst, du Penner da oben. Wenigstens noch meine Bohne jetzt. Komm, wenigstens die werfen wir noch. Dann sind wir nicht eh tot. Also zumindest hab ich meine Bohne auch durchgekriegt. Wenigstens ist der Teleporter etwas, etwas angekratzt worden. Das ist ja wenigstens etwas. Ich hab wenigstens irgendwas getan in Richtung Teleporter. Auch wenn's nur ne Bohne war. Schon irgendwie ohne Hirn, oder was da hinten? Kann das sein? Ich hab den ganz langsam abgeschossen. Ich wär da zehnmal weg gewesen. Ohne Witz. Ach, da ist oben, da ist ja gar keiner mehr. Nein, nein. Na dann passt es ja. Ja. Das guy ist down. Zack, der ist auch down. Weißt du, wenn wir den Teleporter aufbauen? Scheinbar, wahr? Oh, jetzt laufen sie alle rein. Pass mal auf. Jetzt laufen die anderen noch rein. Hab ich gesagt, jetzt laufen die alle noch rein. Der Hammer. Alter, ein Somp. Macht kalt. Sauber. Schöne Runde. Schöne Runde. Alter. Ohne Witz. Das war immer ne Runde. Ich sag's euch. Naja. Egal. Ich denke, wir waren aber zwei schöne Runden für euch. Ja. Damit würde ich sagen, bin ich mal Erster geworden, wa? Mal eben. Der Einzige, der vierstellig ist. Äh, fünfstellig. Fünf? Fünfstellig ist. Oh Mann. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlassen würdet, was ich als nächstes spielen soll. Und daher würde ich sagen, macht's gut. Bis dann. Ciao.